Willkommen zu unserem kurzen Tutorial-Video über das AdSport Szenario-Tool. Wie immer starten wir auf unserer Monitor-Seite und gehen von hier aus zu unserem Szenario-Tool. Dazu gehen wir einmal hier hoch auf unsere Reporter. Es öffnet sich beim Klicken ein Dropdown und wir klicken auf Szenarien. Aber was macht das Szenario-Tool eigentlich und wie kann es uns helfen, bestmöglich und effizient zu optimieren? Ganz allgemein gesprochen, um Ihre Kampagnen zu optimieren und die bestmögliche Performance zu erzielen, nutzt AdSport Machine Learning, um das Verhalten Ihrer Kampagnen, Anzeigengruppen und Keywords vorherzusagen. Das Szenario-Tool bietet einen Einblick in diese Vorhersagen und ermöglicht es Ihnen, fundierte Entscheidungen über Ihre gewählten Optimierungsziele zu treffen. Mit den Szenarios können Sie also entdecken, wie die KPIs Ihrer Kampagnen voneinander abhängig sind und genauso auch von Ihren Werbeausgaben. Sie können erkennen, welche Leistungen Ihre aktuellen Optimierungsziele erbringen sollten und mit verschiedenen Zielen und Werten experimentieren, um herauszufinden, welche Leistungen Sie erwarten können bzw. auch welches Outcome Sie erwarten können, wenn Sie diese in einer Live-Umgebung verwenden. Wie Sie das tun, ist sehr einfach. Hier sehen wir unseren Account und unsere Performance-Gruppe. Wir wählen einfach die Performance-Gruppe, an dessen Outcome wir momentan interessiert sind. In diesem Fall ist es Shirts Women. AdSport erstellt und aktualisiert ständig Prognosen für die Anzahl der zu erwartenden Impressionen, Klicks, Conversions und Conversion-Werte für alle Keywords, Placements und andere Arten von Kriterien, auf die AdSport bietet. Wie sieht das aber in der Praxis nun aus? Wir sehen hier zwei Werte. Einmal sehen wir hier unseren Zielwert, entweder KUR oder auch in diesem Fall ACOS, weil es sich um einen Amazon-Account handelt. Und wir haben hier den Kontextwert. In dem Fall sind es jetzt die Ausgaben, die im Verhältnis zu unserem ACOS stehen. Wenn wir hier in das Ziel klicken, dann sehen wir, dass wir unser aktuelles Ziel oder auch jedes beliebige andere Ziel aussuchen könnten, um unser Szenario zu modellieren. Wenn wir hier auf unseren Kontextwert klicken, dann können wir auch jeglichen beliebigen Wert oder jegliche beliebige KPI, die wir ins Verhältnis setzen wollen, auswählen. Sobald wir da raufklicken, und das konnte man jetzt schon sehr gut sehen, ändert sich auch dementsprechend der Graph und modelliert nun das Verhältnis vom ACOS und dann die dazugehörigen Conversions, die wir dann mit einem ACOS von 10% erwarten können. Wir haben also hier einen Zielwert von 10%, das bedeutet, wir können ungefähr 47 Conversions bei diesem ACOS erwarten. Wenn wir uns nun hier auf unserer Linie, auf unserem Graph weiter bewegen, können wir also sehen, wie sich das Outcome anpasst, in diesem Fall unsere Conversions, wenn wir unseren ACOS-Wert auf 12,7% circa erhöhen. Wenn wir uns beispielsweise hier bewegen, wo sich der Graph relativ gering weiter steigert, können wir sagen, dass umso größer unsere Änderung auf unseren ACOS-Wert ist, dennoch einen geringeren Einfluss hat auf unser Conversion Outcome. Das bedeutet also, wenn wir hier bei einem ACOS von circa 15% liegen, haben wir ein Conversion Outcome von circa 210 und wenn wir es auf 2% erhöhen, liegen wir bei ungefähr 217 Conversions. Die relative Veränderung ist dementsprechend stärker, sobald wir uns hier auf diesem Bereich des Graphens befinden, wo wir eine größere Steigung haben. Wenn wir nun weiter nach unten scrollen, können wir die KPIs auch nochmal in der Tabelle detaillierter sehen. Sie zeigen uns den aktuellen Wert und auch den geschätzten Wert. Sprich, wir könnten jetzt sehen, bei unserem aktuellen Wert von 10% unseres ACOS, wie sich dann unsere KPIs, die Einnahmen, die Conversions, die Klicks, die Ausgaben und alle anderen KPIs hier in der Tabelle verhalten und sehen einmal den aktuellen Wert und auch den modellierten Wert. Wir sehen dazu auch dann noch weiter die Veränderungen in Prozent angegeben, die zu erwarten ist. Szenarien werden für aktuelle und aktive Leistungsgruppen erstellt. Sie berücksichtigen nur Daten von aktiven Kampagnen, Anzeigengruppen und Geburtskriterien. Die Szenarien sind Schätzungen auf historischen Daten aus dem Werbekonto basierend. Ich hoffe, ich konnte alle Ihre Fragen zu unserem Szenario-Tool beantworten. Falls Sie noch weitere Fragen haben, können Sie uns gerne jederzeit hier über die blaue Chatbox kontaktieren oder auch über das Szenario-Tool hier im Help Center nachlesen.